whisky.de treffpunkt feiner geister herzlich willkommen im whisky store dem treffpunkt feiner geister und heute nähern wir uns der krönung der whiskys mit altersangabe hier bei space side und haben nun den 18 jährigen space side auf meinem fass und der hat einen preis ja von knapp 100 euro mittlerweile das war früher für 18 jährigen wäre das überhaupt nicht gegangen heute verlangen das viele leute und wenn man dann so eine hohe ausstattung hat mit dieser tollen flasche dicken glasboden und dann dazu 46 volumenprozente nicht kühl gefiltert nicht gefärbt dann kann man da schon was verlangen und die space side brennerei von der hier die ganze einführung mal gedreht habe schauen sie sich das mal an und der ganzen geschichte mit der alten space side und der neuen space side brennerei dann sind diese 18 jährigen jetzt das was als ältestes in ja sagen wir mal vernünftigen stückzahlen aus dieser brennerei zu haben ist die brennerei ist zwar 25 jahre jetzt anfang 2015 oder 24 jahre und ein bisschen in produktion aber von den ersten jahren ja der cash flow musste da sein sind die flaschen oder die fässer wohl weg so dass die 18 jahre jetzt so ziemlich das älteste ist was es gibt es gab in der alten abfüllung einen 15 jährigen ich meine den hätte ich auch probiert und jetzt den 18 jährigen und das besondere aus den anfängen der brennerei da hat george christi tatsächlich geguckt dass er frische sherry fässer nicht frische dass er sherry fässer bekommen hat und hat dort 100 prozent sherry fass reifung gemacht davon wollten sie anfangs ja als markenzeichen haben dass auch da der drum guisch aus diesen frischen sherry fässern kam mittlerweile ist da doch relativ viel rüber gewandert zu den bourbon fässern johu sherry fässer sind so teuer geworden da kann man dann die preise für die normalen whiskies einfach nicht halten hier also nicht kühl gefiltert 46 volumen prozente 1500 flaschen bottle number 96 12 36 von 1500 und jetzt habe ich das letzte mal bei dem zwölfjährigen mich gewundert was diese 02 heißt ob das zweites batch wäre oder so nie war die jahreszahl 2002 plus 12 macht 2014 kam richtig hin die haben wir jetzt 96 bis 2014 sind genau 18 jahre also jahre 1996 kann man hier auch noch zu sagen und das ist die flasche 1236 von 1500 wenn wir jetzt als erste flaschen so hohe nummern bekommen dann vermute ich mal ist der rest schon längst in asien und wir sehen hier nichts von wer so eine flasche ergattern will als jetzt älteste flasche aus der space head brennerei sollte zuschlagen matured in fresh sherry casks 18 jahren frischen fässer könnte etwas dunkler sein also da muss man sich fragen was waren das für sherry fässer wenn ich mir die farbe anschauen würde ich sagen holo roso vielleicht waren das sogar noch sherry fässer die also nicht wet abgefüllt wurden sondern trocken und damit nicht ganz so viel farbe rauskam obwohl wir uns jetzt genau überlegen trocken oder nass sollte da ziemlich wurscht sein weil die pigmente ja zurück bleiben auch wenn das verdunstet wundervolle farbe und jetzt schauen wir mal schöne sherry noten zusammen mit 46 volumen prozenten deutlicher alkohol und karamell vanille honig süß sherry fruchtig wupp mehr habe ich nicht heißt offiziell noch nussig nicht gefunden ein hauch auch soll drin sein damals hat die space head brennerei nicht mit rauch hergestellt das ist eine assoziation von rauch die ist was aus aromatische europäische reiche stammen kann die produktion mit rauch glaube ich wurde erst so 2000 oder 2002 aufgenommen für eine woche im jahr da entschuldigung versifft man sich die ganzen behälter die ganzen fans receiver und so weiter da muss man wenn man diese rauchige durch hat muss man komplett alles säubern wegschmeißen dass man nachher wieder nicht rauchig herstellen kann es kommt noch ein bisschen orange orange durch sehr angenehmer sehr aromatische geruch muss man die spucke runter schlucken so läuft das nach was der doktor vor nein ein mediziner wird nicht solche mengen alkohol verordnen nein orange also richtig alter ist aus meiner persönlichen sicht an dieser oder bei dieser brennerei durch nichts zu ersetzen der tan tenet relativ jung versucht mit portwein aufzuladen der zwölfjährige zeigt schon sein alter und der 18 jährige brilliert mit cherry fass und alter ja haha schön 1500 flaschen weltweit ist nicht wirklich viel das maximum dürfte schon in china gelandet sein wenn sie eine haben wollen greifen sie schnell zu vielleicht ist es ja auch so dass es schon weg ist wenn das video online geht geht mir öfter mehr als einmal so muss allerdings zeit finden um diese fünf whiskies jetzt hier am stück drehen zu können ist nicht immer einfach ja sehr schön gemacht tja schauen sie dem shop system nach was es noch gibt knapp 100 euro sind aufgerufen ob es wert ist oder nicht müssen selber entscheiden ich finde es von der qualität her ein wunderbar gelungenen whisky und das bisherige masterpix aus der kleinen schnuckeligen space site brennerei herzlichen dank fürs zuschauen herzlichen dank fürs zuschauen abone ol abone ol abone ol